Hallo meine Lieben, wir haben heute Tag 21, das heißt 50 Squats. Gestern haben wir bereits den vorderen Schulteranteil mittrainiert und auch schön den Rücken mittrainiert. Und heute trainieren wir unseren Bizeps. Wir machen 25 Squats, 10 Sekunden Pause und dann geht es direkt weiter mit den letzten 25. Kommen Positionen, Schulterbreiterstand und die Handflächen zeigen nach vorne, die Ellbogen sind fest am Oberkörper fixiert. Aber da gehen wir tief, 10, 9, 8, come on, 7, 6, 5, schön tief, 4, 3, 2, 1, ok, nochmal, 10, 9, 8, 7, 6, Bauch ist fest, 5, 4, 3, 2, 1, als letzten 5, 4, 3, komm schon, gleiches Pause, 2, 1, ok, kurze Pause. Einarm ausatmen und wir kommen wieder direkt in unsere Ausgangsposition und nochmal 25 Squats to go, come on. Wir trainieren auch sehr schön dabei unsere Arme jetzt. Das heißt ja nicht, dass wir weniger machen, wir machen einfach nur mehr Kräftigung. Okay, und los, 10, 9, 8, come on, 7, weiss nicht durch, komm, 6, 5, 4, 3, 2, 1, komm schon, und 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ok, und die letzten 5, 4, schön saure Armeite. So, 1, 2, und dann halten, 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 löse, super. Wir sehen uns morgen wieder, macht's gut.